das dann um Troll-Video wo er Mordekaiser mit Prozent von Phantom Dänzern und Schuhen spielt und dann in der ganzen Map rumrennt so wie darum geht's also um ihr könnt mir nicht sagen was ich kaufen muss oder Prozent ich schaue mal schnell warte habe ich eine Stift ja habe ich ich glaube aber Tick-Tack in Death Guide reales Kristall Zepter, Rabadon's Death Cap, Voidstar von Ionia Boots nachher habe ich mir gemerkt ja ich kann es dir dann sagen, kaufe dir am Anfang am besten Prozent Durant Ring und Schuhe ja wenn genug Bild willst komm mal mit nach das ist nicht nett, dass du mich nun nennst Ach ja, da ist übrigens ein Troll-Runde, daher ist es hier nicht unbedingt ums Gewinn nur so als Info ich glaube du stirbst lauf Robert, lauf mach den Runa wenn ich einfach mit zehn Leben davon komme la 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 Robert, ich glaube du bist tot ja, ich weiß schlecht ich weiß nicht warum Mith hat die Türe nicht schließen können ja, das ist so ein Rätsel des Universums irgendwie ich will jetzt nicht aufstehen, sonst sterbe ich bestimmt okay, der Timo spielt der VP tja ja was könnte zogen schau mal, schau mal apropos Dance, schau mal mich an warte, ich spiele eh Gitarre du magst Göns, wa? ja, ich mag Scans alles mein Fahm, fuck meins jetzt haben es es dir aber gegeben, Smilo ja, aber ordentlich fuck, lauf, lauf oh Tür zu machen und weiter geht's okay, ich würde mal sagen, ich bin der der den Heal nicht kriegt ja das hätte ich auch gesagt, weil ich in der Lane bleiben sollte ja, das haben sie dann alle die kriegt ja nicht natürlich, wenn ich sie bekomme, er noch mich, sie bekomme ich, sie bekomme ich, sie bekomme ich sie bekomme ich nicht, sie bekomme ich nicht, sie bekomme ich nicht hast du das gesehen, ich habe das nur wegen meinem Schild überlebt auch was, Robert ich habe das alles nur wegen meiner passiven überlebt ich weiß nicht, was dein passiven kann, also, nein äh, meine passiven ist Iron Man und die bringt im Endeffekt, äh jedes Mal, wenn ich eine Fähigkeit einsetze, bekomme ich ein Schild okay und das Schild sind maximal 150 jetzt auf diesem Level, aber wenn ich, äh, so jetzt zum Beispiel mein, äh, E einsetze das ist so ein Massendamage quasi und dann habe ich 150 Schilden, äh, hauen die ZS auf mein Schild drauf also, was soll ich nach Dorans Ring und Schuhe kaufen äh, ich weiß nicht, also doch, pass schon, pass schon der MOBA-Feier-Guide-Typ meinte, äh, äh, wie heißt das, dieses, dieses Kristallzepter da halt was auch so, okay, alles Kristallzepter ich will es mal weh mit E-Skill, das ist nicht toll fuck das war ganz klar das war ganz klar warum hast du nicht das S-Gecalt? der hat doch nie mit Vladimir gespielt du, nicht eher warum hast du nicht das S-Gecalt, das Joga drunter kommt was so und ich spiele gerade zum vierten Malmole-Kaiser, für Sie zu Info ja, pappalapap es geht nicht ums Gewinn, es geht ums Spaß haben genau sitz-no-play-lögen sitz-no-play-er-app äh, hol mir das Joga ja, würde ich sagen äh, wie ist denn einfach gehalten, ne? ja, ich kann es nicht ich hab's nicht drauf, weißt du lux und so kommen jetzt glaube ich zu und so war er war und Koppel Prozent oder er hat sich der Krieg zu erledigen Prozent das macht mir Spaß es gibt die Schussgefühl aber es macht mir Spaß es gibt nicht ums Gewinn aber wenn wir gewinnen Ah, Leben. Alter, ich hasse Temos, Vergiftungen. Und wir hassen dich. Ich, ich ja auch. Oh, wie süß. Ah, darum liebe ich Grubert. No homo? Dachte gerade, wann kommt das? Der Chugga ist schon wieder da. Wow, fuck. Nett. Ne Lux, die meint sich halt nämlich one-v-one. Claro. Ich gehe da einfach mal volles Risiko ein, ne? Okay. Wieso, wahrscheinlich nicht. Ach so, du hast halt keinen genommen. Ich habe einfach so... Ich kann mich da nicht nur aufschreiben. Ich nehme dich an, da also. Er ist ein einfaches Risiko. Ich bin schon über 7,21-2-1-2, ich bin schon über 12,21-2-1-2, Ach so, es ist ein einfaches Risiko. Ich bin schon über 13,21-3-4-3-3-2-2, Ich bin schon über 20,21-2, Ich bin schon über 20,21-2-4-2-3. 110,21-3-4-3-1-4-3-4-4-3-4-1-4-4-2. Es ist schon über 30,21-4-4-3. was sie gesehen ist mit einem der Mensch gemacht haben das ist gesehen das liegt an meinem Schild ja das wusste ich so ist sie muss trotzdem zurück wo ich bin der beste von alt ich froh ja aber nur weil wir jetzt die Hälfte gebraucht haben aber er sagt ich hatte vorhin so ein schlimmes Match mit Prozent Akali die die ganze Zeit drum geheult hat jetzt nie was gemacht und ist am Schluss dann reingedasht hat den Kiel geholt und immer wenn sie den Kiel nicht bekommen hat sie voll rumgeheuert dass man den Kiel geklaut hat es gibt die Wissen hat man spielt ich finde die Leute kommen nicht auch richtig schlimm Prozent der Hälfte aber wo mir angefangen hat was so viel schlimmer ja das stimmt Alter da kann es ja gar nicht spielen Dreck beleidigt zu werden für eine Mieter um die Welt sie werden das ist jetzt immer noch werden gerade neulich ein Gerät meinte irgendwie wenn er kohlt und dann gleich in der Werner erhält der letzte Kohl und dann installockt dann ich hab Angst Prozent aber was schon was für mich nur ich habe 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 das ist jetzt rein ich habe dann ich habe meine Welt 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 geht werden zu sein ja er hat einen Busch drin sitzen gereinigt wird es ist spät ich meine auch ohne ein die Mord die Mord die Mord siehst du meine Leben das ist immer so ärgerlich du denkst so ja ich bin komm in den Busch gehen bam tot das war so geil äh wir hatten vorgestern ein Spiel äh so äh äh Cousine Timo erst äh Nocturne steht so irgendwie vorm Busch so äh so mit drei Leben so soll ich da jetzt reingehen soll ich da jetzt nicht reingehen so äh gibt so ein Movement Comment rein äh haltet kurz vor dem Bild an gebt wieder zurück ich finde drei das ist ziemlich schlecht für uns aus muss sagen wir haben 1 3 Timo macht will hier auch kaum Schaden das bringt trotzdem nichts das war ein ach so das wird man so schlecht Loller ich glaube der Fick dich auch was ein Nadel ich habe nicht gesagt nach Scheiße ja ich glaube wir sollten zusammen in die Länge gehen 8 meine Sachen ich glaube wir kommen jetzt und zerstellen mich und die die das muss man mit uns spielen ich verstehe es nicht Guck dich doch mal an, ey. Das war ganz schön gemein, Robert. Ja, und zu dir will ich immer gemein. Werde ich immer gemein sein. Und dann... Und... Na, scheiße. Okay, dann gehe ich mal nach oben. Da komm ich mit. Nein! Genau. Genau. Guck dir nicht, der Wexer. So. Das Leben, der Wexer hat. Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Die kommen mir nach oben. Ja. Wow, das sieht schlecht aus. Fuck, 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 alter. Und dort. Ach, fuck. Oh, mir lege ich mich besser nicht an. Ja, die Mö macht inzwischen nicht schlecht, der Match. Nein. Nein, hat er mich noch gekriegt, der Wexer. Ja, komm, 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 komm. Wah, wenn ich mal was. Oh, ho, die Komm runter, oh, die Komm runter. Das ist einer von dir. Das ist einfach das schlechteste Team wie dieses Mal. Nup, nup. Ich erinnere dich an letztes Mal, ne? Ja, das war ein letztes Mal. Letztes Mal habt ihr Schogert auch nicht davon abgehalten, mal klein zu nehmen. ach so am liebsten ich habe mich auf sich gesetzt das wird nicht wirklich nicht auf sich gesetzt das ist auch nicht so gesetzt das ist schlecht ich kann es sich mit der Idee getötet wird gibt alle schon ab jetzt getötet hätten wir das geworden harte gewinnt und schrecklich in dem weg gewonnen weil dann nicht so dass das gleiche bekommen wir sind alle nuns alle nuns aber wenn ich gewinnen wenigstens bin ich noch positiv Prozent ich bin nicht ihr habt und vierter Park das ist nicht so stolz sein zu können und die Mord der Klinik ist er gesagt ich bin dort Sankt und Tod ich bin tot ja irgendwie macht Timo in Kombination mit Lux und Shogart zu viel Schaden die haben zu viel CC der zu viel Lockup und zu viel zu mehr wenn ich auch Schmeißer nur mehr mit Fachwörter um dich die Redner bestimmt per Skype Prozent das ist ein gut zusammenarbeiten kann nicht sein naja das Prozent ist definitiv wieder das ist immer so wenn man Prozent Prozent selber primär ist und sind die anderen auch der Park der Park der Park ich bin alt und ich zog gleich aus hier Prozent ich bin schlecht naja passiert wie wir auch immer auf Stuttgart gehen auch für den Tank hier ist es ist auch sehr hilfreich ich will halt um die Töten ich weiß auch nicht warum der hat halt 7-1 und so ja die oberen Tower könnten jetzt Lockup pushen könnten tun wir aber nicht Timo, Pilze machen Spaß aus ich hätte schnell die Prozent ohne da holen auch Fakt ist einer die Mixer werden würde kriegen oder ab die Stadt der Gäste nicht leben und Prozent das aufpassen Fakt warum hat warum ist mein Geist zu langsam kann wir das jemand sagen nicht schlecht ja das war jetzt leicht was will ich jetzt kaufen was hast du denn Prozent das hat aber Christall Zepter auf die Prozent Schuhe Prozent Magic ist es schulden die Gegner machen nämlich nur mehr Magic Damage Magie Resistenz war glaube ich hier Magie Resistenz wie auch immer das heißt Magie Resistenz ja du hast recht Alter da kommt so ein Scheißpilz von Timo gilt nicht noch ey das ist natürlich ärgerlich Vorsicht da hinten ist ne Lux ne ok wow das Timo fuck Prozent weil ich so richtig durchaus nicht schlecht wenn wir nach oben gehen würden vielleicht ja ich brauche dringend mehr mehr magischer Widerstand oder wer auch immer das sitzt im Deutschen heißt Magie Resistenz Magie Resistenz Magie Resistenz oh dann heißt das sogar gleich Magic Resistenz Nein im Englisch heißt Magic Resistenz so so und diese drei Prozent Englisch Spieler er hat immer die über das Spiel so spielen dass alle anderen auch verstehen ne ich finde sie als etwas Besseres wie können die nur ach und vor allem wo die gerade sind Alter wie ich hier nur vom Pilz nur Wimmel äh ich kann auch sagen Lux ist der für ja auch Fakt ist alle drei hier dann können wir schon ab aua 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 ja ich weiß danke und das weiß ich jetzt auch auf die haben mich so ich brauche jetzt mit dem komm 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 doch schon scheiße dort ist Alters komm schon nein meine was sagen das war so knapp wir brauchen alle dringend Magic Resist bei der die machen nämlich nur Magic Damage wenn wir Magic Resist haben können die uns gar nix mehr das heißt so einfach ne weil äh Joker Timo und die machen alle nur Magic Damage dann hol ich mir mal Athen unheiliger Grad ja und mir fällt gerade auf dass Timo schon äh den Wallstar fahrt auch Papa 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 keiner gar nix was ist gesagt dass er ein Joker hat nein da konnte ich leider nicht mehr helfen da war ich zu spät du ja Papa Papa auch abtet die Kräfte 1 gegen 1 sie wartet aber er hat aber es ist schön ja jetzt ist es schön ja ah den Krieg mal den Krieg mal ok der ist tot der ist tot der Wichser da müssen wir nissens laber doch kein oh mein Gott Robert hier kommt Timo ja der Timo kommt ok Timo hat schon äh Magic Penetration interessant ach komm schon ey äh vorsichtig da euch da kämpft irgendwo ein Timo rum ne ja Freeform ach fuck ach fuck wow da ist der ja der Wichser dann hau ich mal ab mit meinem Superspeed nioh ok ok gut ja ich glaub wir werden nicht mehr gewinnen aber trotzdem ok wir können noch ein bisschen spielen es ist nur 4 2 1 20 ok das krieg mir locker noch und wer hat von den 4 Kölz 3 ach wer hat von den 1 2 2 2 9 du ja ich hab auch was zum Spiel beigetragen ja ich muss aber sagen ich hab das eigentlich nur mit mein Ding ins Skill gemacht ja ich weiß mit deinem Zeitbomben Skill ja genau wollen wir uns die Lux da unten ja aber Schöger ist auch noch da das habe ich nicht gewusst tschüss ja dann haut ihn dir mal rein du kann den hier mal jemand slowen hier wollte ich gerade aber kann ich nicht fuck ich bin halt noch alleine da what the hell äh final spark 330 Schaden ok alter Genie das ist gar nicht der miese Peter das Lux regt mich am meisten auf ja Lux ist ein ziemlich starker Champ ich dafür jetzt nur sehr ungern muss ich echt zugeben ja hau besser ab hau ab den Tower hau ab Scheiße hau ich ab ich geb den Sugar jetzt du stirbst nur noch hau ich bin doch schon tot hau ab ich will den aber töten guck mal wie ich leben denn du wickst du was hat du kriegst ihn nicht ey der hat dich locker gekriegt oh nur Scherz so da drin ist ein Timo lol da wollte Lux mich töten recall bitte ok äh ist da unten nur Lux oder ist da auch noch jemand anders ich weiß nicht bis jetzt ist nur Lux hier unten dann hoffen wir dass es auch nur Lux bleibt und dann kann ich ganken ne auch Sugar und ok alle drei ok ok da haben wir schon äh du willst nicht angreifen oder alleine ja deshalb ja wer weiß du hast nur 9 nein denn es ist eben ein bisschen ich habe nur 10 ich würde gern helfen ob ich um dich zu langsam ne da habe ich auch keine Schnitte fuck die Lux hat fast keine Leben mehr gehabt ja das kann durchaus sagen ich hätte sie ich hätte sie fast im 1v1 gehabt ja im 1v1 zu denen gehabt aber da kann ja noch zu werden so vorbei ich bin mal der Kälfte ich sollte sie eigentlich immer wie man locker haben ja sogar da hat auch da und so ist der Bescheid ich möchte es sein mal sehen jetzt runter oder hoch und ja runter Power Power up du kriegst du doch alleine nie Alter diese scheiß Pelz und Motherfucker ja äh Ben ja auch mal was machen oder so ja ich weiß aber Dingens und so jetzt ist zu spät ja 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 Flash oh hau ab wenn du nicht mehr kannst NEIN alte Video aus dem Hinterhalt angreift ich glaube du bist auch tot ne war knapp war knapp ja verkackt leicht aber stell dir vor wieviel Geld wir jetzt kriegen wenn wir einen von den tot bringen auch nicht so viel brauch dich erstmal so einfach so ok ich kauf jetzt die Schuhe was bringt denn eigentlich noch magische Rüstung ähm äh Magic Resist äh oh Hexer Trinker aber das bringt uns allen nicht verdammt wow ich nehm mal kurz unser Altar ein damit die nicht so Fähigkeitsstecker haben ja mach das wir sollten nicht äh bitte immer im Dreier zusammen bleiben ich glaub das ist das einzige was wir hier jetzt noch machen können wenn du meinst dann komm ich mal zu euch da ist ein Shurgaard da ist ein Shurgaard boah da hast du gegen die einfach keine Schnitte äh ich glaube wenn wir drei auf den drauf gehen würden würden wir den trotzdem nicht kriegen ne ich glaube auch nicht das ist schon lächerlich äh leicht ja wow zurück 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 kriegen wir nicht einfach nur was wird gegeben jetzt muss ich nicht sterben oder nein jetzt muss ich tatsächlich sterben das ist doch deine Ultime ja aber das war zu spät das ging so schnell da konnte ich nichts machen also ich hätte schaden macht der Wixer so ich glaube jetzt die Witch Cap damit kann ich mich so starsen weil er kann ich wenigstens dem LX den Scheiß ist doch Fakt jawohl wow wer ist der Pro wenigstens mal etwas ne hau im Gd zurück 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 schnell rein hm was ist denn er wäre gerade weil er von er wäre gerade beinahe geluchst worden ah ich glaube ich sollte Lux auch wieder mal spielen alle auf Timo 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 was machst du da nur achtlich doch auch jetzt ist es egal verlangsamt langsam wird er einfach nur hinterher und die ein paar mit bei er von den beiden töten ja genau ich schießt Luchsmann das so viel dabei heute hier rein wer hat hier dabei hat es nicht hier dabei Robertus und Bobby der Ritz wird davor gelegt zurück 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 lockt sie raus da ist ein Schockert okay wir sind tot und wie ich wollte ein Räder um die Nachricht und trotzdem tot das ist er und hier Lauf Lauf Leumann ist meine Todesanimation gar nicht aufgefallen erknickt sich ich spiele kurz Gitarre und fällt um Prozent dort ist noch ein Komplett in den Lümmel das ist auch ganz knapp es sollte durch alle bisschen mehr mehr zu grüßes kaufen ich auch ich hatte auch ein paar mehr zu groß ist ein paar Jahr aber der Kreuz darf was heißt er ist der Stimme so Nein, 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 nein! Boah, nein! Fuh! So, wir gehen jetzt alle auf Lux, hätte ich gesagt. Ja. Klingt gut. Alter, Robert, du bist dort. Ja. Mann, das ist doch lächerlich. Bezellig, ja. Schau es dir einfach nur an. Ja! Ja! Wie hast du das gemacht? Meine Ulti. Okay, ich weiß nicht, was es kann. Ja, meine Ulti macht damage over time, also Schaden über Zeit und wenn er stirbt, während er die Marke oben hat, bekomme ich sein Geist. Ach, stimmt, ja. Okay, noch ein normales Match. Ja, von mir aus. Okay. Ja, spiel zu zweit, weil ich muss jetzt ausmachen. Oh, ja. Fuck, ich habe gar nicht Danke gesagt. Danke für's Zuschauen. Danke für's Zuschauen. Haha. Ja. Yeah. Ja. Das war's.